Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Crypto & More. Heute mal ein bisschen oder komplett anders, denn ich sitze hier einfach alleine vor meinem PC. Ist ein bisschen eine ungeplante Folge, die ich heute hier aufnehme, weil es gestern ein bisschen so zum Gespräch geworden ist, wenn man das so ehrlicherweise sagen kann. Wir hatten ja vor ein paar Wochen eine Folge gehabt, wo es darüber ging, wegen Burnout, Depression etc. pp. zu sprechen. Die Folge auch bis heute unsere erfolgreichste Folge von allen gewesen. Also vielen, vielen Dank auch nochmal an diesen riesigen Support von euch da draußen auf jeden Fall. Es ist ein ernstes Thema und darauf wollte ich nochmal ein bisschen näher eingehen, weil auch ein paar Fragen dazu gekommen sind und ich jetzt auch persönlich in meinem Freundeskreis ein paar Leute hatte, mit denen ich darüber auch nochmal gesprochen habe, die sich die Folgen natürlich auch anhören, also auch Grüße raus. Ich glaube, die Person weiß dann wahrscheinlich auch noch wenig hier meine. Aber wir sind so ein bisschen ins Gespräch gekommen, beziehungsweise hat sie mir so ihr Feedback zu der Folge gegeben, auch dass sie die Folge ein bisschen mitgenommen hat. Und was will ich dazu sagen, im Endeffekt hat uns diese ganze Folge alle drei ziemlich mitgenommen. Ich meine, René redet hier ein bisschen über seine Vergangenheit. Ich rede über meine Burnout-Phase, die ich vor knapp einem Jahr hatte, wie ich damit umgegangen bin etc. pp. Und natürlich ist es, wie gesagt, immer noch so ein bisschen Tabuthema in dieser ganzen Gesellschaft. Es wird, oder du siehst es den Leuten teilweise nicht an, was haben diese Menschen für eine Vergangenheit, wie gehen sie damit persönlich um, wie sieht es im Inneren bei diesen Menschen aus. Und genau dieses Thema hatte ich eben mit dieser jetzt nicht namenlich bekannten Freundin mal im Chat. Und darüber wollte ich heute einfach mal ein bisschen reden. Ist mir irgendwie jetzt, ich meine, wir haben jetzt hier sieben Uhr morgens, wo ich diese Folge aufnehme. Also ihr seht schon, ich habe hier ein bisschen Redebedarf, weil es mir einfach ein bisschen so durch den Kopf gegangen ist. Und deswegen dachte ich jetzt einfach mal so ein bisschen meine Gedanken hier aufzählen, weil ihr wisst ja auch, für mich ist Podcast teilweise auch, auch wenn wir andere Themen ansprechen, aber auch ernste Themen, sowas wie das jetzt oder wie diese Burnout-Folge da vor ein paar Wochen, ist es auch ein bisschen wie Therapie für mich. Und so wie das Feedback auch von euch da draußen war, hört man das natürlich auch so ein bisschen raus, dass es für alle natürlich ein schwieriges Thema ist, wie gesagt. Aber auch viele sich vielleicht auch dadurch geöffnet haben oder jetzt mit der Situation ein bisschen anders umgehen, weil wir eben genau wissen, hey, redet darüber, wir haben es euch in der Folge auch explizit gesagt, sucht euch Hilfe, redet mit Menschen darüber, das ist das Beste, was man machen kann. Natürlich ist es leichter gesagt als getan. Ich meine, wir haben ja alle drei da ein bisschen aus unserer Erfahrung gesprochen und dass es nicht so einfach ist, wie man sich das eben vorstellt. Und man muss da Eigenüberwindung auf jeden Fall zeigen, man muss es wollen, aber es ist trotzdem extrem schwer, darüber zu reden. Und deswegen, wie gesagt, sind wir gestern so ein bisschen ins Gespräch gekommen und da kam dann auch so das Thema, ja, man sieht jetzt auch Personen ein bisschen mit anderen Augen. Und das ist eben das, was, weil wir auch öfters mal dieses Social-Media-Thema und sowas angesprochen haben, jetzt schon den, ich glaube mittlerweile 35, 36 Podcast-Folgen, die wir mittlerweile haben, also wir machen das jetzt auch schon über ein halbes Jahr, dass wir vor allem heutzutage ziemlich Social-Media-lastig halt eben auch sind und uns die Eindrücke, egal ob es jetzt YouTube-Videos sind, ob es jetzt YouTube-Shorts sind, ob es Instagram, ob es TikTok-Shorts sind, etc. pp., dass wir uns danach auch ein bisschen die Eindrücke rausnehmen. Heißt, wir kennen eine Person 10, 15 Sekunden, das ist so die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne mittlerweile einfach hier und dann denken wir, okay, ja, wir haben jetzt diesen und diesen Eindruck von diesen Personen. Ja, die sehen glücklich aus, etc. pp. und ja, denen muss es gut gehen. Aber genau das ist ja eigentlich so dieser Knackpunkt, wo man eigentlich nicht denken sollte. Verurteilende Menschen nicht nach, ich sage jetzt mal 10, 15 Sekunden-Videos, nach einminütigen Videos. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich da draußen meine. Also ich muss da jetzt nicht mehr genau in die Tiefe gehen. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen so heutzutage ein bisschen das Problem. Jeder denkt so, ja, die Person sieht glücklich aus. Ich meine, ihr kennt es bei mir, ich habe letztes Jahr April, Mai, wo ich meine Phase hatte, ich habe trotzdem jeden Tag YouTube-Videos gemacht. Ich habe trotzdem nach außen hin gezeigt, yo, ich bin topfit, mir geht es bombenmäßig gut. Und keiner hat es gecheckt. Keiner hat es gecheckt. Das Gleiche, ich meine, ihr habt René seine Story gehört, ist das Gleiche. Ihr habt den Eindruck, auch jetzt nicht nur auf uns bezogen, aber da draußen, ja, die Person, der geht es gut, die macht nur den Scheiß und was weiß ich was. Aber das ist immer ein bisschen so ein bisschen der zu schnelle Schuss, sage ich jetzt mal. Und das ist mir jetzt eben die ganze Nacht irgendwie nicht so aus dem Kopf gegangen. Ich muss auch sagen, ich habe echt unruhig geschlafen wegen dieser ganzen Sache. Weil es mir halt einfach die ganze Zeit immer ein bisschen so Gedanken durch den Kopf gegangen sind. Deswegen dachte ich jetzt auch, okay, ich mache jetzt gleich die Folge hier. Einfach, um das noch ein bisschen so auch als Verarbeitung zu sehen. Ihr wisst ja, was ich meine. Auch wenn ich mir hier gerade ein bisschen doof vorkomme, wenn ich hier in meinem Zimmerchen alleine sitze und hier einen Podcast einfach aufnehme für euch. Der Einzige, der mich beobachtet, ist die Spinne da rechts oben. Ich hoffe, die bleibt doch da oben. Ein bisschen Spaß muss auch sein. Aber zurück zum Thema. Und das ist mir eben jetzt, wie gesagt, ein bisschen so durch den Kopf gegangen. Wir verurteilen so ein bisschen Menschen nach ihrem Social-Media-Eindruck, wie wir sie sehen, zum Beispiel beim Feiern. Wir kennen aber die hinteren Grundgeschichten nicht. Und das ist auch das, wo ich aber ehrlicherweise sagen muss, erwische ich mich auch öfters dabei, dass ich das immer noch so mache. Natürlich hat man diese Vorurteile. Du siehst jemanden beispielsweise auch in der Stadt. Ich bin auch diese Woche wieder ein bisschen durch die Stadt gelaufen. Das ist für mich so ein bisschen immer noch Therapie in der Sache, dass ich jeden Tag eine Stunde oder zwei Stunden einfach rausgehe, ein bisschen Social-Media-Entzug und sowas mache. Und da ist mir auch wieder aufgefallen, jeder starrt auf sein Handy. Keiner achtet mehr so auf seine Umgebung. Wir hatten ja letztes Jahr schon die Folge so gehabt mit Obdachlosigkeit generell so auf den Straßen in Deutschland, wo ihr wisst, dass wir ein bisschen durch Berlin gelaufen sind. Und da ist es mir jetzt diese Woche auch wieder extrem aufgefallen, jeder läuft einfach an den Menschen vorbei, auch die Leute, die auf der Straße sind und sowas. Manche sagen dann, nee, dem gibst du nix. Wo ich mir dann denke, ey, ihr kennt die Hintergrund-Story nicht von diesen Leuten. Jetzt mal abgesehen von dem, was ich da gestern mit einer Freundin da geschrieben habe. Aber das passt jetzt gerade irgendwie perfekt dazu. Diese Woche, ich glaube, Dienstag war es oder sowas, wo ich da rumgelaufen bin. Gestern schreibt mir dann die Freundin da, wie gesagt, zu diesem Text, ja, man sieht jetzt die Person so mit ganz anderen Augen und sowas. Und dass man sich da auch selber ein bisschen ertappt fühlt. Und genau so ist es ja im Endeffekt. Wir kennen, wir gehen unser Leben, achten aber mittlerweile sehr, sehr wenig auf Mitmenschen. Jeder denkt oder viele denken mittlerweile nur noch an sich selber. Gut, war ich vielleicht auch mal so. Ich zuerst und dann der Rest und sowas oder nach mir die Sintflut so gefühlt. Aber so ein bisschen ins Gewissen reinzureden, schadet ja auch ehrlich gesagt nicht. Wenn man da einfach mal so ein bisschen drüber nachdenkt, bevor man über Menschen urteilt, einfach mal zu fragen, hey, geht's dir gut? Alles fit bei dir oder sowas. Und die Person erstmal versucht, ein bisschen kennenzulernen, bevor man hier urteilt oder ein zu schnelles Urteil über irgendwelche Personen halt einfach fällt. Und das hat sie eben dann gestern auch so geschrieben, dass sie jetzt schlechtes Gewissen hat und sowas. Und das zeigt mir halt auch wieder, der Podcast hat auch natürlich hier ernste Themen. Politik, Business, Krypto. Aber dann auch genau solche Themen, wie wir sie eben jetzt dann auch besprochen haben, mit Burnout, Depression, was ein Tabuthema meiner Meinung nach immer noch extrem ist. Aber gut, das Tabuthema, muss man auch fairerweise sagen, liegt auch ein bisschen an den Personen selber, ob sie darüber reden wollen. Ich verstehe es, wenn man da nicht drüber reden möchte. Ich hätte es auch René nicht übel genommen, wenn er nicht darüber gesprochen hätte, weil wir waren alle fertig nach dieser Folge, weil es uns allen im Herzen weh getan hat. Aber so einfach dieses, ich glaube, Social Media hat einen extremen Einfluss heutzutage, wie wir Menschen wahrnehmen, wie wir Menschen kennenlernen, ein bisschen zu schnell urteilen, dass wir uns aufgrund eines Profils oder auch eines Videos, je nachdem, wie ihr Menschen kennenlernt, uns einen zu schnellen Eindruck über diese Person einfach machen. Anstatt diese Person dann halt auch wirklich kennenlernen zu wollen und dann aber sich zum Beispiel nicht traut, diese Person kennenzulernen, weil man denkt, nee, falscher Eindruck und sowas. Auch, was ja auch momentan ein riesiger Shitstorm ist. Only Fans. Hoffentlich darf ich das hier sagen. Only Friends, weiß ich nicht. Egal, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. UF. Man weiß auch nicht, was da für Storys hinter stecken. Natürlich, die machen hier ihren Job und Job in Anführungszeichen, aber natürlich ist es auch eine Tätigkeit. Aber weißt du, was da für Storys dahinterstehen, hinter solchen Leuten? Kann ja sein, dass das Hintergründe hat, warum die das machen und sowas. Und da fängt dann eben schon so dieses Beurteilen an. Wir urteilen Menschen nach, keine Ahnung, ihrem Job, Tätigkeit, Aussehen, was weiß ich was. Ihr seht, ich habe mir hier eigentlich nichts zusammengeschrieben. Ich labere hier einfach gerade ein bisschen los, aber wie gesagt, ist es irgendwie so gerade ein bisschen von der Seele reden. Ja. Und das hat mich jetzt irgendwie die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen beschäftigt. Ich weiß auch nicht, natürlich ist es jetzt keine Mega-Folge, die ich hier wahrscheinlich labere, wahrscheinlich wird es hier auch die schlechteste Folge überhaupt. Aber ihr merkt schon, mir geht dieses Thema auch ein bisschen nahe. Vor allem in der heutigen Zeit. Wir hatten ja auch, ich glaube, die Folge ist noch nicht online, nochmal über Alkohol und sowas gesprochen, dass das auch ja ein Grund sein kann, wenn Menschen sehr hohen Alkoholkonsum haben oder sowas, dass die auch eine Vorgeschichte haben. Dass man sich dadurch auch was verdrängt. Ich bin froh, dass ich damals nicht da reingekommen bin und gesagt habe, okay, ich ertrink jetzt meinen Frust in Alkohol oder sowas. Also zum Glück nicht. Aber es gibt auch genug Leute, wo wo ich auch kenne, dass man dann sagt, oh, die trinkt jede Woche Alkohol und sowas. Dabei kennen wir die Person gar nicht. Du weißt nicht, was da für steht, aber andere denken sich dann wieder natürlich als Außenstehender, puh, nur am Alkohol saufen, mach mal was aus deinem Leben, so gefühlt. Aber so einfach ist es halt einfach nicht. Das ist egal, bei was. Ich hoffe, ich kann manchen Leuten hier vielleicht wieder ein bisschen ins Gewissen reinreden beziehungsweise ja, ein bisschen auch Mut machen, dass man ja, sich nicht von Leuten auch runterziehen lässt, sag ich mal in dem Sinne, nur weil sie jetzt das oder das machen oder das machen, sondern steh ein bisschen zu dir selber. Ihr wisst, was ich meine, gib einen auf teilweise andere Meinungen so gefühlt, wenn die Leute dich nicht kennen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der mir jetzt auch erst so vielleicht in den letzten Wochen, Monaten gekommen ist. Ihr wisst, ich habe auf YouTube mittlerweile aufgehört, so beschissene Thumbnails einfach zu machen, weil es für mich mittlerweile nur noch Kindergarten ist. Das war aber für mich auch eher so, jo, ich will mich ein bisschen abheben von anderen und ich mache die Scheiße einfach mit. Ne, das bin ich nicht. Selbsterkenntnis. Man fühlt sich einfach deutlich und ich muss jetzt wirklich sagen, ich mache das jetzt seit eineinhalb Wochen ohne diese beschissenen Thumbnails und ich sage euch Leute, es fühlt sich einfach viel, viel besser an. Einfach auf Content konzentrieren, auf sich konzentrieren, sich keine Gedanken darüber zu machen, wie beschissen das Thumbnail sein muss und wie viele offene Mäuler oder Ghostfaces da drauf sein müssen, damit die Leute meine Videos anklicken. Juckt nicht. Gebe ich ein Hm drauf mittlerweile. Und das sind, und so eine Einstellung ist natürlich auch gefährlich. Zeugt ein bisschen von Arroganz und was weiß ich was, aber das ist ein ganz, ganz schmaler Grad zwischen Arroganz und ein bisschen auch Selbsterkenntnis. Dass man wirklich, wie gesagt, darauf scheißt, so kann man es vielleicht besser sagen, was teilweise andere darüber sagen, so in der Art. Aber ja, das ist natürlich auch so eine, ja, wie gesagt, Selbsterkenntnis. Und ich habe mich da, glaube ich, auch viel einreden lassen und ja, das ist doch gut, mach das weiter so. Aber nee, eigentlich ist es nicht gut. Es belastet dich mehr. Du machst dir viel, viel mehr Gedanken über Sachen, auf die es gar nicht ankommt. Geh zurück zu deinen Wurzeln. Wo hast du, oder warum hast du überhaupt damals mit dem ganzen YouTube-Gedöns angefangen? Und jetzt mache ich es einfach so, wie ich wieder Bock habe. Und ich fühle mich deutlich, deutlich wohler. Den Satz, der mir auch so ein bisschen im Kopf geblieben ist, den eben diese nicht namlich genannte Freundin jetzt hier dann eben geschrieben hat, kann ich jetzt auch mal ganz kurz vorlesen. Das war einfach nur eine auditive Wahrnehmung eines Konflikts, die dann letztendlich mich dazu bewegt hat, zu sagen, nee, ich finde das unsympathisch, aber man muss auch immer bedenken, warum reagiert jemand so? Das hat ja auch alles seine Gründe. Und den Satz fand ich richtig, richtig krass. Und das ist auch so der Satz gewesen, warum ich gesagt habe, hey, ja, ich mache jetzt hier diese Folge, ich setze mich jetzt hier hin und nehme für euch meine Folge auf, auch wenn es euch ein bisschen echt zu ernst ist, Alter, aber irgendwie nimmt mich das Ganze schon ein bisschen mit. Und deswegen, wenn ich so einen kleinen Tipp so mitgeben darf mit dieser Folge, geht mit offenen Augen durch die Welt, denkt ein bisschen drüber nach, bevor ihr vielleicht irgendwas sagt, tut, macht, etc. und versucht ein bisschen vorurteilsfreier manchen Menschen gegenüber einfach zu sein. Wie gesagt, man kennt die Story nicht, wir hatten es bei dem Obdachlosen-Thema, warum sitzen die Leute auf der Straße, keiner weiß es, trotzdem haben wir Vorurteile, warum hockt er hier? So ging es mir dann, wie gesagt, am Dienstag, wo ich durch die Stadt gelaufen bin, jeder läuft wieder an den Leuten vorbei und habe mir dann gedacht, no, helft denen, die haben sich gefreut, ich habe mich gefreut, alles gut, während andere Leute, keine Ahnung, die Leute hier wieder beleidigt oder runtergemacht haben und das gleiche gilt nicht nur bei Leuten, die hier für Straße leben, das gilt zwischenmenschlich, das gilt auch bei Leuten, die du, wie gesagt, auf Social Media oder sowas siehst, keiner kennt die Stories dahinter, keiner weiß, was hat die dazu bewegt, das und das zu tun, das und das zu sagen, warum ist ihr Charakter so, der entwickelt sich ja auch dadurch, du entwickelst auch mit möglichen Krankheiten deinen Charakter komplett anders, aber versuchst dir eine Mauer draufzubauen. Ich meine, sind wir ehrlich, keiner hätte gedacht, dass René so eine Story hatte. Keiner. Weil wir René deutlich lustiger kennen in dem Podcast, manchmal auch mit ein paar frechen Sprüchen und sowas und ja, aber da steckt halt auch deutlich, deutlich mehr dahinter. Warum ist ein Mensch so eben? Warum verhält er sich so teilweise vor der Kamera oder halt auch in einem Podcast? Er hat eine Story. Es ist einfach so und die siehst du auf den ersten Blick nicht. Die lernst du erst, wenn du die Person oder den Menschen näher kennenlernst und dann kannst du dir ein Bild über ihn meinen. Aber nur, weil du ihn jetzt hier mal in einem Video gesehen hast, also es ist sicher auf René bezogen, aber ich meine so generell, gleiche bei mir, kennst du mich trotzdem noch nicht. So fair muss man einfach sein. Ich weiß, es ist verdammt schwer, ich ertappe mich da auch immer mal wieder noch, aber man kann daran arbeiten beziehungsweise dann einfach gar nichts sagen. Einfach die Leute lassen und wenn du siehst, es geht denen scheiße, wenn du siehst, es geht denen scheiße, einfach zu fragen, hey, alles okay bei dir und sowas. Zumindest ein Anfang so in der Art. Auch wenn die Person wahrscheinlich auch nichts sagt. Ich meine nicht ganz bei mir, ich habe auch ein Jahr die ganze, acht, neun Monate die ganze Scheiße überspielt und immer gesagt, ja, nee, nee, alles gut, alles gut. Bist du mich hättest einweisen können? Aber das habe ich ja alles schon in der Burnout-Folge erzählt. Aber auch das hat mich geformt. Aber auch da, wie gesagt, von außen, wie gesagt, war das betrachtet bei mir, um jetzt da mal kurz einen Hebel hinzuziehen oder zu drücken. standest du als außen immer sehr, sehr stark da. Jeder so, ja, krass, wie du das machst. Hier Job, da Job, das Job. Aber innerlich komplettes Frack. Komplettes Frack einfach gewesen. Und das meine ich damit. Du kannst äußerlich wie der stärkste Löwe oder was weiß ich, was da draußen dastehen, aber innerlich kann es dir trotzdem scheiße gehen. auch wenn du extreme Selbstbewusstsein hast, kann sich hinter dieser Mauer, wenn du sagst, boah, der hat ein krasses Selbstbewusstsein, kann sich hinter dieser Mauer was extrem weichlich ist dahinter verstecken einfach. Da kenne ich genug Beispiele, die von außen, und ich glaube, da kennt ihr da draußen wahrscheinlich auch, wenn ihr euch euer Umfeld mal anguckt, die ihr auch vielleicht ein bisschen näher kennt, die extrem selbstbewusst sind, aber wenn du die Menschen dahinter dann kennenlernst, extrem, nicht fürsorglich, ein bisschen, ja, ihr wisst, was ich meine, denke ich, auf jeden Fall nicht so sind, wie sie sich geben. Und das dachte ich mir jetzt auch, hinter jedem steckt eine Story, denk drüber nach, keine Ahnung, ob ihr jetzt die Folge gut fandet oder nicht, ich wollte das jetzt einfach so ein bisschen so über meine Seele oder von meiner Seele besser gesagt ein bisschen runterreden, weil doch relativ viel momentan los ist, deswegen kommen ja auch bei mir weniger Videos und sowas, aber alles gut. Mir war das jetzt wichtig, Grüße gehen raus auf jeden Fall an die eine Freundin, ich hoffe, die nimmt mir das jetzt nicht übel, ich werde ihr, ja, vielleicht werde ich so später auch sagen, dass ich die Folge aufgenommen habe, aber schauen wir einfach mal. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr ein bisschen was trotzdem mitnehmen konntet von dieser Folge, auch wenn es jetzt wieder ein bisschen ein dieperes Thema war, ich hier eigentlich nur alleine gesessen war und hier ein bisschen meinen Frust von der Seele geredet habe, aber mir war das jetzt einfach extrem wichtig, Menschen nicht danach zu beurteilen, wie sie sich auf Social Media geben, wie ihr sie so beim ersten Eindruck zieht, es steckt immer deutlich mehr dahinter und das habe ich jetzt auch wieder gelernt einfach, du kennst eine Person erst, wenn du eine Person richtig kennst, es ist einfach so und dann irgendwie drüber zu urteilen, boah, was weiß ich, die fällt sich schlampig oder was weiß ich, was ihr wisst, was ich meine, weiß ich nicht, ob das wirklich so gut ist. Aber wie gesagt, es liegt trotzdem an jedem selber da draußen, mir war das jetzt einfach nur wichtig, nehmt vielleicht ein bisschen was mit, ich hoffe ihr versteht so ein bisschen, was ich zu Ausdruck bringen wollte, ansonsten für alle, die sich die Folge noch nicht angehört haben, mit Burnout kann ich echt nur wärmsten empfehlen, es hat vielen Leuten, so wie ich es mitbekommen habe, auch geholfen und ja, redet mit Menschen drüber, es ist das Beste, was man machen kann, viel reden, wenn ihr das wollt, sucht euch ein, ein, zwei Personen raus, mit denen ihr drüber reden könnt und die werden auch euch dann zuhören. Ansonsten würde ich sagen, war es das für die heutige Folge, wir hören uns dann regulär wieder nächste Woche mit ganz normal die letzten Folgen, die wir aufgenommen haben, ich werde jetzt die Folge einfach dazwischen klatschen, weil mir das jetzt einfach irgendwie wichtig war. Was ihr davon haltet, ist eure Sache und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Freitag, wir hören uns auf YouTube, TikTok, Instagram, wo auch immer, wo ich halt erreichbar bin, Grüße gehen auch raus an René und Benji, die, ich hoffe, das ist für die okay, dass ich jetzt diese Folge aufgenommen habe, aber wie gesagt, wird schon passen und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder, wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende, lasst es euch gut gehen, verbreitet auch ein bisschen Liebe, zeigt ein bisschen Liebe da draußen und ja, dann hören wir uns zur nächsten Folge wieder, bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto.